hallo liebe muttersportfreunde ich bin chris und heiße euch herzlich willkommen zu meinem präsentationsvideo über das pitbike stomp kzr 140 wie man auf den ersten blick erkennt ist nicht mehr das original plastik kit dran nein das habe ich selber gewechselt und zwar weil mir das original einfach ein bisschen zu schrill war habe ich es verändert auf einen dezenten grün auf kamasaki grün was übrigens auch mit einer meiner lieblingsfarben ist so jetzt kommen wir zu ein paar kleinen fakten und zwar ist dieses pitbike mit einem 140 kubikzentimeter ist rcz 40 motor ausgerüstet welcher mit dem moikvergaser und dem 28 millimeter big bore auspuff sage und schreibe 15 ps liefert jedoch war mir das dann irgendwann nach einer weile ein bisschen zu langsam ich wollte es etwas schneller haben und habe dann mit diversen upgrades diese ps zahl auf ungefähr 20 ps fast erhöht war natürlich das ding dadurch jetzt natürlich abgeht wie ein pfeil ja ein kleines fazit von mir also ich kann dieses pitbike sehr empfehlen es macht einfach nur spaß die dämpfer sind verstellbar je nach zug und druck wie man es haben will ja und ich sag mal so mit ungefähr preislage von 2 bis 3000 euro kann man schon investieren und man hat auf jeden fall was dran und man hat eine menge spaß dran und das war's auch schon zu meinem kleinen mini präsentationsvideo über das stomp fitbike kz 140 so ein finish und dann so und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020